In diesem Video sehen wir uns das Thema Korrelation an und möchte anhand eines Beispiels das näher erklären. Und natürlich freue ich mich sehr, wenn ihr auch meinen Kanal abonniert. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Was ist nun eine Korrelation? Eine Korrelation beschreibt, wie Variablen zusammenhängen. Der größte Fehler, der begangen werden kann bei der Interpretation, ist, dass eine Kausalität angenommen wird. Das heißt, dass die eine Variable, beispielsweise Körpergröße, durch die andere, beispielsweise Gewicht, beeinflusst wird. Die Korrelation ist lediglich eine Voraussetzung, die notwendig dafür ist, dass die Schlussfolgerung, dass Variable A, wie Körpergröße, die Variable B, Gewicht, beeinflusst wird, gezogen werden kann. Im Folgenden wollen wir uns die Korrelation nun genau von zwei Variablen ansehen. Grafisch dargestellt wird der Zusammenhang zwischen zwei Variablen in einem sogenannten Streudiagramm. Sehen wir uns dazu ein Beispiel im Microsoft Excel an. Ich habe dazu ein Beispiel mitgebracht, und zwar das Körpergewicht und die Körpergröße. Diese beiden Messwerte sind reine Zufallszahlen. Diese sehen wir uns dann nun im ersten Schnitt in einem Streudiagramm an. Dazu bietet uns Excel folgende Möglichkeit. Ich markiere die entsprechende Wertereihe und führe dann anschließend im Bereich der Grafiken, der Diagramme, ein Punkt XY-Diagramm ein. Ich wähle das aus. Und wie man sieht, erhalte ich nun die einzelnen Punkte dieser Messreihe. Die Auswahl, ob das Körpergewicht, Variable A, oder die Körpergröße, Variable B, auf der X- oder auf der Y-Achse dargestellt wird, ist willkürlich und ist nicht zwingend einzuhalten. Kommen wir nun zum nächsten Thema. Damit man die Korrelation messen kann, bedient man sich einer statistischen Auswertung. Und zwar nimmt man an, dass ein linearer Zusammenhang, der einfachheitshalber angenommen wird, aber nicht zwingend ist. Das bedeutet, man kann untersuchen, den linearen Zusammenhang zwischen der Körpergröße und Körpergewicht oder auch der Intelligenz und Schulleistung oder Attraktivität und Berufserfolg. Die statistische Kenngröße dazu wird Korrelationskoeffizient genannt. Dieser kann mehrere Werte annehmen, jedoch in einem Bereich zwischen minus 1, 0 und 1. Sehen wir uns das nun praktisch an. Ich habe hier nun das Streu-Diagramm. Als nächstes kann ich nun eine Trendlinie einzeichnen. Und zwar eine lineare, wie hier zu sehen. Als nächstes möchte ich dann nun diese statistische Kenngröße der Korrelationskoeffizient ermitteln. Dazu bietet uns Microsoft Excel die Möglichkeit über die Datenanalyse einer bereits vorgefertigten Funktion, Analysefunktion, die Korrelation. Und gebe nun den Eingabebereich sowie die Angabe, dass die Bestiftung in der ersten Zeile vorhanden ist und den Ausgabebereich an. Anführe diese aus und erhalte nun verschiedene Werte. Nun ist zu wissen, dass der Korrelationskoeffizient, welcher den Zusammenhang zwischen der beiden Variablen x und y als Wert abbildet, zwischen minus 1 und plus 1 annehmen kann. Bei plus 1 existiert eine vollständig positive Korrelation. Das bedeutet, veränderte Werte von x, der Variable x, stehen stets gleichgerichtet in einem konstanten Ausmaß veränderter Werte von y. In anderen Worten, wenn sich x ändert, ändert sich im gleichen Maße auch y. Wenn der Korrelationskoeffizient hingegen minus 1 ergibt, existiert eine vollständig negative Korrelation. Das bedeutet, die Variablen verändern sich genau gegensätzlich. Wird oder ist der Korrelationskoeffizient hingegen 0, bedeutet das überhaupt keinen linearen Zusammenhang. Es ist keiner messbar. Das bedeutet, ändert sich die Variable x, dann ändert sich willkürlich oder gar nicht die Variable y. Hier in unserem Beispiel habe ich ein Korrelationskoeffizient von minus 0,18. Das bedeutet, es steht so gut wie kein Zusammenhang zwischen diesen beiden Variablen fest. Das erklärt auch einigermaßen die willkürliche Angabe dieser Werte, weil diese auch zufällig angegeben sind. Und wenn man sich die Werte nun im Detail ansieht, macht es vermutlich auch Sinn, dass es keinen logischen Zusammenhang gibt. Nun, kommen wir zu den Nachteilen bei der Bestimmung der Korrelation. Ein Hauptproblem bei der Berechnung des Korrelationskoeffizienten besteht darin, dass er stark von extremen Werten, sogenannten Ausreißern, verfälscht werden kann. Deshalb ist es sehr wichtig, sich stets das Streudiagramm anzusehen, dass sich die Ausreißer hier leichter erkennen lassen. Wir können einen Blick auf unser Diagramm werfen und uns überlegen, ob diese Werte hier einigermaßen oder praktisch häufig vorkommen. Und zwar ein sehr hohes Körpergewicht und eine sehr niedrige Körpergröße. Ist eher sehr selten, aber wie hier zu sehen, haben wir sehr viele Ausreißer und somit haben wir ein besseres Bild des Ergebnisses der Korrelation. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema näher bringen. Falls ihr Fragen dazu habt, schreibt mir einfach einen Kommentar. Ich versuche euch zu antworten. Tschüss und bis bald.